So Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nochmal ein echt sehr gut verarbeitetes Rödi. Alter, zeig mal die Wand damit. Also echt noch richtig geil. Haben wir von Niko, beziehungsweise sogar Silberhütte. Erkennen wir das? Nein, noch nicht. Ich weiß, wie der in der Kamera tickt. Ja, auf jeden Fall ist das ja von Silberhütte. Ja, zehn Stück. Zehn Schuss hat das gute Stück. Zehn Stück Schuss. Das ist eine geile Rarität und die werden wir jetzt mal testen. Geil so verziert noch, halt so schön mitgemacht. Ja, richtig geil. Ja, schönes Ding. Zünden wir es an. Ja, zünden wir es an. Genau. Also bis gleich zur Zündung. So und los geht's. Also bis gleich zur Zündung. So und los geht's. Alter, was ein geiles Rödi. Alter, halt zu mir. Das sind mal noch Rödis. Noch mit dem Goldträgen. Also, was verkaufen die heute als Batterien, weißt du, so richtig schön mit Leuchspur. Und das waren Rödis, Marc? Das waren echt noch geile Rödis. Alter. Da sind die heutzutage richtig gerade. Ach, ich sehe nicht, das wäre noch so übelste Teil. Das war übelst geil. Alter. Also, auf jeden Fall richtig geiles Teil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, doch auch. Sehr teuer, aber... Was macht man ja alles dafür, ne? Ja. Ja, hab's mal gesehen. Schön war's. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Dort unten hin. Richtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Euer Salute Power. Und Iplex Firework. Danke. Ciao.